jo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal heute startet mein birthday giveaway und zwar gibt es zu gewinnen vielleicht habt ihr es ja auch schon im thunnel gesehen diese wunderschöne akka 47 aqua remain revenge ist ich glaube condition abgenutzt okay die condition ist abgenutzt hat aber einen pascher biceps sticker drauf und ansonsten ist das einfach was schönes und zwar wie gewinnt ihr ich werde das jetzt dieses mal nicht zu machen also nicht übergeben und auch nicht über die kommentare beziehungsweise nicht ganz über die kommentare sondern ich werde es nicht mit dem random kommentar picker picken sondern ich werde es mir selbst aussuchen wer gewinnt beziehungsweise ich werde mir einen kommentar raussuchen und zwar weil es ja um einen börse gehen dass er mein börse giveaways werde ich mir den besten geburtstagswunsch an mich raussuchen und der ist dann halt sozusagen der gewinner also strengt euer köpfchen an überlegt lange aber nicht zu lang sonst ist das gehe auch wieder vorbei am 5 april habe ich geburtstag da werde ich ich weiß nicht ob ich dazu ein video auch machen werde oder nicht aber am 5 april werde ich mir dann die kommentare durchlesen und das beste beziehungsweise schönste sexieste coolste einfach den krassesten geburtstagswunsch an mich raussuchen und der wird dann halt diese ak gewinnen ja eigentlich was ist dann auch dazu falls ihr einen bock habt auf mehr giveaways ist dann parallel zu diesem giveaways ich glaube gerade nur bullshit parallel zu diesem giveaways läuft auch noch ein anderes giveaway wo ihr zwei farmers gewinnen können da gibt es ein video dazu das läuft über glieben werde ich euch in der infobox verlinken beziehungsweise in der endcard und gestern habe ich auch noch ein video rausgehauen wo ich gambeln war hatte da ziemliches luck das werde ich euch dann auch noch in der infobox verlinken falls ihr bock darauf habt wie zu sehen wie ich da mal reinlage mal wieder weil ja csgo haus hatte mit einer neuen website namens csgo case sind sie ja zurück und die musste ich ja gleich mal testen ansonsten ja wie gesagt der beste geburtstagswunsch den ich finden werde in den kommentaren wird diese ak gewinnen und ja lasst euch was einfallen lasst mir auch einen daumen nach oben wenn euch einfach gewiss gefallen das ist gut gesagt schreibt mir in die kommentare die geburtstagswünsche und abonniert meinen kanal und keine weiteren videos zu verpassen und dann sage ich auch gleich ciao und bis zum nächsten mal euer alex